Beispiel jetzt, ne, das ist auch, da sind sie sich nur am aufregen. Ah, viel zu viel Blut, viel zu viel Gewalt im Spiel, es gibt keine Frauen, das haben sie auch direkt, ne. Es gibt keine Frauen, ich glaube, du kannst deinen Charakter zwar irgendwie dunkelhäutig machen, aber nicht als Frau. Das kommt demnächst erst per Patch, da wurden die jetzt zu gezwungen, mehr oder weniger. Äh, ey, das war nun mal halt so das Mittelalter. Ja, dieses Ganze von der Wahrheit und der Realität wegsehen, nur weil es halt nicht schön ist, ist keine gute Entwicklung. Ja, boah, so geht halt leider heutzutage. Ja, sehr schade, dass die Menschen blind genug sind, um so eine Kacke zu glauben. Es ist niemals gut, wenn irgendetwas zensiert wird. Wenn jemand ein Videospiel macht, wie damals Postal, wo es nur darum geht, aus Jux und aus Dollerei, aus Spaß und Erfreut, Leuten wehzutun. Das, das verstehe ich, wenn sowas auf dem Index landet und wenn das nicht, wenn das dann, wenn es auf den Markt kommt, nur zensiert auf den Markt kommt, okay. Aber wenn jemand ein Videospiel macht, wie zum Beispiel, du kämpfst gegen Nazis und wenn dann anstatt Hakenkreuze überall so komische Marilyn Manson-Flaggen rumhängen, Alter, das kann doch nicht sein. Zum Beispiel, damals gab es einen großen Aufschrei wegen der Folterungsszene bei GTA, da du ja selber folterst, weil du da die Knöpfe drücken musst. Dann gab es ja auch einen riesen Aufschrei. Dann hat die ganze Gamer-Gemeinschaft gesagt, Alter, haltet die Fresse, weil das Spiel ist ab 18. Ja, reicht eigentlich Altersbeschränkung. Das Witzige ist, der Aufschrei war ja auch nur so groß, weil viele Eltern sich beschwert haben, dass die das gesehen haben, dass die Kinder sowas spielen. Wo die dann alle gesagt haben, ey, merkt ihr eigentlich noch was? Heftig, ne? Ja, das ist so. Das ist so unsere mittlerweile ziemlich kaputte Welt. Wann ich so sagen? Krass, ich hab nur ein Dingens gefunden. Eine Angel, die nochmal so ist, wie die beide, die wir schon haben. Krass. Und die habe ich tatsächlich geangelt. Finde ich gut. Aber ich will mehr Bücher haben, bitte. Ich war auch immer überlegen, mal Outlast zu spielen. Aber ich glaube, bei dem Spiel da brauche ich Baldrian danach. Ganz viel. Outcast? Outlast. Outlast, achso. Danach brauch ich Baldrian, wenn ich das gespielt habe. Mach nochmal Outlast. Horrorspiel. Da hast du so einen Camcorder, der nachts sich schaut und du lösst ja da durch eine Anstalt. Ah, okay. Wo dann nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Ich würde gerne mal sowas zocken wie Seven Days to Die oder sowas. Oder Rust. Da bin ich raus. Ah, schade. Oder Ark? Ark ist auch nicht so deins, ne? Weiß ich nicht, aber ich bin ja so ein Verfechter von... Ich habe jetzt zwei Spiele, die ich mit mehreren zocke und ich habe mein Singleplayer-Spiel momentan. Und das reicht. Zu viel ist nicht gut, weil irgendwann wird dann eins vernachlässigt und momentan ist ja alles, was ich momentan spiele, nehme ich auch irgendwie auf. Und ja. Ist dann halt ein bisschen blöd, wenn dann irgendwie irgendwas, was man auch aufnimmt, vernachlässigt wird. Weiß ich, wie ich meine. Ja, verständlich. Bin ich dann nicht so ein Freund von. Wow, Alter. Ich angle so viele Angeln mit Reparatur drauf und sonst was. Das ist der Wahnsinn. Geil. Mein Garten ist fast begrünt. Dein Garten? Ja, man. Keine Ahnung. Was weiß ich hier für einen 5x5-Block-Garten im Haus, wo mein Buch steht. Garten? Ja. Die Harten kommen in den, was? Ich habe das jetzt einfach nicht gehört. Was hast du nicht gehört? Deinen letzten Spruch, den du selbst fast bereut hast. Ich habe den nicht bereut. Ich bereue nie was. Ich mache nichts, was ich nicht bereuen würde. Also, was ich bereuen würde. So. Auch gute Lebensanstellung. Ich mache nichts, was ich nicht bereuen würde. Ach, schön, ey. Der Hase war schon früher mal eingestellt, jetzt aber nicht mehr. Ja, erinnert mich irgendwie auch an meine Realschulzeit, der Spruch. Wow. So, ich stelle mich mal ganz kurz hier rein und bin mal kurz weg, mir was zu süppeln. Bis gleich. Jo, bis gleich. Mikrofon muted. Schneller, ihr Fische, beißt an. Mhm. Mhm. Blödsau. Hallo. Spiderschwein. 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 Hello. I don't know. I don't know. Uh-huh. Uh-huh. Oh-huh. Oh-huh. Ach, Mensch. Welcome back. Was bist du hier am stöhnen? Ich bereue die Frage jetzt schon. Hallo. Oh, was? Oh, der kam gerade wieder so zwei Stukas. Oh. Oh, okay. Oh. Oh, uh-uh. Oh, dear. Benötige mehr Glück, meine Spitzacke und am besten Reparatur. Das ist korrekt, aber da mein alter jetzt pennen geht und ich habe Nachtschicht, werde ich gleich dick eskalieren. Bis wie lange machst du jetzt? Wir haben jetzt 1 Uhr und 2 Stunden Aufnahmezeit. Also wenn du noch ein bisschen machst, so ein halbes finde ich den Marsch auf jeden Fall noch. Ich bin dabei. Ich höre schon wieder Spastis rumfliegen, diese Stuka. Wie damals in der Wüste. Schrecklich. Dann gib mir mal Munition, ich habe keine Pfeile. Ich habe auch keine. Also, die erste richtige Spielereihe, die ich ja komplett jetzt playt habe, ist ja Tate Tale The Walking Dead. Die zweite Spielereihe, wo ich vor habe, sämtliche Teile zu spielen. Zwar nicht alle, aber die sämtliche ist auf jeden Fall Call of Duty. Wie meinst du das denn? Ich würde alle, bis auf die ersten Teile, weil ich die erste ist, ich besitze und zweitens, ne. Die waren mir noch zu eintönig, weil ich finde die Call of Duty ist, man kann ja sagen, was man will, aber ich finde, die haben alle recht geile Storys gehabt. Ja. Der Multiplayer bei vielen waren einfach nur Kacke, aber...